Ja, es heißt, je christlicher einer ist, desto mehr ist er dem Übel, dem Leid und dem Tod unterworfen. Dabei kann es nach Luther nun und nimmer Aufgabe sein, sich gegen solches Leid abzustumpfen. Denn Gott hat den Menschen nicht geschaffen, dass er ein Stein oder Holz sollte sein. Gefühllosigkeit ist eine heidnische Tugend, eine gemachte Tugend und erdichtete Stärke. Vielmehr sollen wir das Leid empfinden, namentlich, wenn die rechten großen Stöße kommen, die das Herz treffen und stürmen. Aber wenn wir das Leid empfinden, sollen wir es zugleich überwinden. Das Evangelium rüstet uns auch nicht anders denn mit göttlichen Waffen. Es lehrt uns nicht, wie wir das Unglück loswerden und Friede haben, sondern wie wir darunter leiden und überwinden. Dass es nicht durch unser Zutun und Widerstehen abgewandt werde, sondern dass sich's an uns matt und müde arbeite und so lange uns treibe, bis es nimmer kann und von sich selbst aufhöre und kraftlos abfalle. So bildet hier die Hauptlösung des Problems das innere Wachstum durch das Leid. Dies ist eine geistliche Herrschaft, die da regiert in der leiblichen Unterdrückung. Das heißt, ich kann mich in allen Dingen bessern nach der Seele, auf das der Tod und Leiden mir dienen müssen und nützlich sein zur Seligkeit. Aber so wenig der Widerstand der Welt die Freudigkeit im Grunde der Seele aufhebt, das Leben verwandelt sich in einen harten Kampf, der unablässige Wachsamkeit und Tapferkeit fordert. Vielmehr bleibt es eine bloße Vorbereitung oder vielmehr ein Beginn des vollkommenen Lebens, das erst das Jenseits bringt. Aber bei aller Unvollkommenheit ist es nicht ohne große Bedeutung, denn der schließliche Sieg des Göttlichen unterliegt nicht dem mindesten Zweifel.